Beide Bremsen symmetrisch, Hand hoch. Warte, 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 warte. Bremsen, wenig ziehen, mehr ziehen, tief ziehen. Hand hoch, sehr schön. Wunderbar machst du das. Warte, 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 warte. Wenig ziehen, mehr ziehen, tief ziehen, Anschlag, Hand hoch. Sehr schön. Wunderbar. Warte, warte, warte. Wenig mehr tief voll Anschlag. Komm, bring Hand hoch. Warte, wir machen noch einen, dann stoppen wir. Wenig mehr tief Anschlag, Hand hoch. Und Stopp! Ja, nicht schlecht, aber zu wenig aggressiv. Eine Sekunde, Stopp. Volle Pulle. Jawohl, und das geht jetzt noch aggressiver. Mit der halben Zeit, dafür noch 30 cm tiefer. Du musst richtig schreien. Dein ganzer Körper ist involviert. Komm, bang! Ja, also geht doch. So muss der Nicker. Warte, warte, warte. Zweiter Nicker. Hand hoch, warte. Komm noch ein bisschen später mit der Bremse. Warte noch, warte. Und jetzt kommt der Bremsausschlag. Hand hoch, und vorne, Stopp! In einem Frontklapper. Top. Nicht ganz symmetrisch. Gefühlvoll Rechtsgegenstörer geben. Hast du ihn nicht symmetrisch gezogen. Mach das Ganze nochmal. Ziehen, loslassen. Öffnet jetzt nämlich über die Mitte. Nicht bremsen. Ich habe genau gesagt, nicht bremsen. Du bringst die Bremse, obwohl ich es gesagt habe. Blöder Reflex. Zieh nochmal. Okay, jetzt muss man schauen. Die Mitte öffnet, die Mitte öffnet. Du hast keine Beschleunigung drin. Und dementsprechend bist du nah am Sackflug. Das dauert 2-3 Sekunden, bis die Ohren raus sind. Bis du dorthin bist in einem ... Top. Maximal Gas. Kommt, wo ist er? Und schau den Schirm an. Kein Bremseinsatz. Top. Kräftig ziehen, Banküberfall. Loslassen, Banküberfall. Nicht bremsen, nicht bremsen. Oi, oi, oi. Da geht die Post ab. Das ist nicht Drecksau im vollbeschleunigten Zustand. Hast du es gesehen? Nein, hast du nicht gesehen. Du hast von lauter schon keine Bremse in Ruhe. Du kannst beginnen. Vollbeschleunigten Frontklapper. Blick am Schirm. Top. Mach zu, mach auf. Sehr viel Dynamik, viel Aggressivität. Aber schnelles Öffnen. Und es dauert halt einfach einen Moment. Solange es nicht dreht, völlig unkritisch. Auch wenn es dreftig sich ... Let's go! Schau.